Hallo Nation, ein großer Spieleraustausch findet statt, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, berichten zufolge liebäugelt Donjell Mahlen mit einem Tapetenwechsel. Ein unerwarteter Spielerwechsel könnte die Lösung sein, nach Informationen der Sportbild verdichten sich die Anzeichen dafür, dass der Flügelstürmer im Winter auf Distanz gehen will. Daher würden die Aurinegros über einen Spielertausch mit Manchester United nachdenken. Während die Red Devils über eine Verpflichtung von Mahlen nachdenken, ist eine Rückkehr des 23-jährigen Jadon Sancho in die Bundesliga denkbar, der Stürmer ist seit einiger Zeit in Manchester unterwegs. Grund dafür ist ein öffentlicher Streit mit Trainer Erik Ten Hag. Für eine Rückkehr nach Dortmund müsste der unter anderem von Juventus Turin umworbene Engländer Gehaltskürzungen hinnehmen. Dem Bericht zufolge könnte Dortmund Sancho zunächst ausleihen oder ihn im Rahmen eines Deals mit dem wechselwilligen Mahlen verpflichten. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.